Willkommen zu diesem Ansatz an BastiHD und ja, diese BastiHD unterspricht, hat heute ein Video hochgeladen, Quid. Hey Basti, du machst gute Konten, mach weiter so, ist egal ob einer scheiße zu dir ist, guck einfach nicht den Chat den an, keine Aufmerksamkeit, du hast viele Freunde Kontakte gekippt in deiner Zeit, ja, mach weiter, ist egal, stream weiter, Videos machen, ist egal, scheiß auf ihn. Ich weiß, dass, ich weiß ja aber nicht, was vorgefallen ist, aber schau bei der BastiHD vorbei und schau nicht. So Leute, und zwar spontanes Infovideo. Ich hör's auf mit YouTube. So, äh, der Typ, der die ganze Zeit mit seinem Fake-Account, äh, jetzt schreibt und scheiße macht, der hat's jetzt geschafft. Ich hör's auf, Leute. Es reicht einfach, es geht zu weit. Auf jeden Fall, danke für den ganzen Support von euch. Äh, großes Danke geht nochmal raus an Baumblomba Reapers. Danke für den ganzen Support, ähm, nochmal Grüße geht raus an Ceriogs, Pecto, Squizzle und dem DMC, äh, danke für den ganzen Support und, äh, wie gesagt, auch nochmal an euch. Großes Danke, ihr könnt nochmal reinschreiben, wenn ihr irgendwas wollt in den Kommentaren. Ich werde jetzt für längere Zeit keinen YouTube machen oder für immer, ich weiß es nicht, äh, wenn ihr noch irgendwas braucht, ich werde unten meinen Instagram-Namen reinschreiben in die Beschreibung. Da könnt ihr mich dann noch anschreiben, aber auf YouTube werdet ihr mich für eine längere Zeit oder für immer nicht mehr sehen. Auf jeden Fall, wie gesagt, nochmal danke für den ganzen Support, Leute, und ciao.